Claudia Brehm Gott sieht mich Er liebt mich Er braucht mich Drei Tage Gebet mit Pater Kente nicht Ein Wort zum Anfang Sie haben nach diesem Gebetsheft gegriffen Aus Neugier Aus Zufall Weil eine Not sie bewegt Meine eigene Kraft ist am Ende Ich bin hilflos Ich verliere den Boden unter den Füßen Ich habe Angst vor dem, was auf mich zukommt Sicher kennen auch sie solche oder ähnliche Gefühle Sie können ausgelöst werden durch eine schwere Krankheit, Sorge um die Existenz, Arbeitslosigkeit, Überforderung, eine tiefe Krise in mitmenschlichen Beziehungen, Unfrieden in der Familie, eine Prüfung, Die Frage nach dem persönlichen Lebenssinn Die Möglichkeiten, durch Fortschritt in Wissenschaft, Technik, Medizin und so weiter unsere Lebensqualität zu verbessern, sind heute ungeahnt groß Und dennoch, Situationen, in denen wir einfach nicht mehr weiter wissen, bleiben nicht aus Sie gehören zu unserem Leben Dieses Gebetsheft ist eine Einladung an sie Sich in den kommenden drei Tagen bewusst ihrer eigenen Situation und damit sich selbst zu stellen Aber nicht allein, sondern mit Gott und unter seinen Augen Denn Gott sieht mich, er liebt mich, er braucht mich Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, hat diese Erfahrung während seines Lebens vielen Menschen weitergegeben Die Texte und Gebete dieses Drei-Tage-Gebetes sind von seinen Worten und seinem Vorbild inspiriert Unzählige Menschen schenkten Pater Kentenich zu seinen Lebzeiten ihr Vertrauen Viele von ihnen sagten nach einer Begegnung mit ihm übereinstimmend Er hat mir zugehört, wie mir noch nie jemand zugehört hat Ihm konnte ich alles sagen, all das, was mich bedrückt und mir Angst macht Aber auch das, was mich in keinem guten Licht zeigt Nach einer Begegnung mit ihm kam ich mir jedes Mal sehr wertvoll vor Ich dachte besser über mich selbst als vorher Ich habe mich und mein Leben in einem neuen Licht gesehen Begegnung mit Pater Kentenich ist auch heute noch möglich Wir nehmen ihn in den Blick und bitten ihn um seine Fürsprache und Hilfe Mit ihm wollen wir unser Leben aus einem anderen Blickwinkel, aus der Perspektive des Glaubens heraus betrachten Wir entdecken einen tiefen Sinn in allem, was passiert Viele Situationen oder Umstände können wir nicht ändern Aber wir können unsere innere Einstellung dazu ändern Durch Pater Kentenich lernen wir wieder, wie ein Kind zu glauben Dass Gott unser Vater ist, der jeden von uns endlos liebt Gott steht hinter allem und er hat einen Plan von unserem Leben Er sorgt in jedem Augenblick für uns und möchte unser Bestes Gott begleitet uns vor allem auf den schwierigen Wegstrecken, auch wenn wir es vielleicht nicht spüren Wir machen ihm ein kostbares Geschenk, wenn wir in leidvollen Situationen unser Vertrauen zu ihm nicht aufkündigen Oft verstehen wir nicht, warum Gott ein Leid zulässt Leid gehört zu den großen Unbegreiflichkeiten unseres Lebens Aber Leid macht Sinn Pater Kentenich konnte unerschütterlich glauben Gott ist Vater, Gott ist gut, gut ist alles, was er tut Das Leid, das er uns zumutet, soll uns nicht ruinieren, im Gegenteil Wenn wir unser Leid mit Gottes Kraft aushalten und annehmen, dann wird unsere Liebe tiefer und reifer werden Von uns geht Segen aus für viele In der Schule Pater Kentenichs lernen wir langsam, den Sinn unseres Leides zu verstehen und es anzunehmen als Geschenk aus der Hand Gottes So werden wir Christus ähnlich Und wir werden in Christus zu Menschen einer großen Liebe Mit all unseren Bitten, mit aller Not und Angst, mit unseren Fragen und Klagen dürfen wir zu Gott kommen Es tut gut zu wissen, dass auch andere mit uns und für uns beten Wir können vor allem Menschen um ihre Fürsprache anrufen, die bereits verstorben sind und von denen wir glauben, dass sie Gott sehr nahe sind Wir denken dabei an die Gottesmutter Maria, an die Heiligen oder eben auch an Pater Kentenich Gott hört jede Bitte Er erhört sie, allerdings manchmal anders, als wir gern hätten Aber dann dürfen wir gewiss sein, dass es gut so ist Gott hat den größeren Weitblick und weiß besser, was für uns und die uns Anvertrauten das Richtige ist Nicht wir tragen die letzte Verantwortung für unser Leben, sondern Gott Wo unsere Möglichkeiten enden, sind die Möglichkeiten Gottes noch nicht zu Ende Deswegen können wir uns ihm einfach überlassen Am Grab Pater Kentenichs wird täglich in den Anliegen all derer gebetet, die sich ihm anvertrauen und seine Fürbitte in Anspruch nehmen Auch das, was sie belastet, ist in dieses Gebet eingeschlossen In den kommenden drei Tagen wird Pater Kentenich mit ihnen gehen Er hilft ihnen, dass ihr Vertrauen auf Gott wächst und dass ihre Kraft und Freude größer und stärker werden Und noch etwas, mit Pater Kentenich unterwegs sein, das heißt mit Maria unterwegs sein Ohne sie tat er nichts In Maria haben wir die beste Begleiterin auf dem Weg zu Gott, unserem Vater Pater Josef Kentenich Auf seine Initiative hin entstanden der Wallfahrtsort Schönstadt bei Welenda Rhein, der inzwischen weltweit bekannt ist, und die internationale Schönstadtbewegung Wer ist Pater Kentenich? 1885 wird Josef Kentenich in Gümnich bei Köln geboren 1894 kommt er in das Waisenhaus St. Vinzenz in Oberhausen Beim Eintritt in dieses Waisenhaus weiht ihn seine Mutter, der Gottesmutter Maria Der achtjährige Josef vollzieht diese Weihe sehr bewusst mit Maria übernimmt nun seine Erziehung und die Sorge für ihn Was ich bin und was in Schönstadt geworden, verdanke ich der Gottesmutter, so bekennt Pater Kentenich im Rückblick auf sein Leben 1904 tritt er in die Gesellschaft der Palotiner ein und absolviert Noviziat und Theologiestudium in Limburg Über Jahre hin muss er eine schwere innere Krise durchstehen, die ihn bis an den Rand seiner Kraft führt Der hochbegabte Josef Kentenich wird von der Frage umgetrieben Was ist Wahrheit und kann ich sie erkennen? Von allen Zweifeln und Ungewissheiten, die ihn bedrängen, wird seine Liebe zu Maria nicht berührt Durch die Gottesmutter Findet er aus seiner inneren Not heraus Sie gibt ihm in ungeahnt tiefer Weise Anteil an ihrer Liebe zum dreifältigen Gott und zu den Menschen 1910 empfängt er die Priesterweihe und wird zunächst Lehrer am Gymnasium seiner Gemeinschaft in Ehrenbreitstein Ab 1912 arbeitet er als Spiritual bei den Schülern im neu erbauten Gymnasium in Schönstadt-Welenda Es zeigt sich, dass Pater Kentenich ein begnadeter Pädagoge ist Sein Erziehungsziel ist klar und begeistert die Schüler Feste, freie Persönlichkeiten sein, heilig leben mitten in der modernen Welt Pater Kentenich leitet die Gymnasiasten zu ernsthafter Selbsterziehung an und schenkt ihnen vor allem Maria als Mutter und Erzieherin Am 18. Oktober 1914 wagt er mit einigen Schülern den ersten Schritt zur Gründung der Schönstadt, Bewegung In einer kleinen Kapelle in Schönstadt schließen sie ein Bündnis mit Maria, das Liebesbündnis Es beinhaltet die Bitte an die Gottesmutter, in dieser Kapelle in besonderer Weise anwesend zu sein und als Erzieherin des freien Menschen zu wirken Hier wird ein Wallfahrts- und Gnadenort für viele Menschen werden, so vertrauen Pater Kentenich und die Jungen Sie selbst wollen ein radikales Leben aus dem Glauben und den Einsatz für Schönstadt als Beitrag dazu geben Nichts ohne dich, nichts ohne uns ist die Kurzformel für die intensive Weggemeinschaft mit Maria, die nun beginnt Die Vision der Gründungsstunde wird nach und nach Wirklichkeit Die Kapelle in Schönstadt ist Heute Ursprungsort einer weltweiten Bewegung für Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche, Familien und Priester Inzwischen gibt es ca. 180 Schönstadtkapellen in mehr als 30 Ländern der Erde Zu ihnen pilgern unzählige Menschen und erbitten von Maria die Gnade, ihre christliche Berufung in allen Herausforderungen des Lebens, in Kirche und Gesellschaft zu verwirklichen 1941 bis 1945 ist Pater Kentenich Gefangener der Nationalsozialisten, zunächst im Gefängnis von Koblenz, dann im Konzentrationslager Dachau Auch im KZ arbeitet er unerschrocken weiter an seiner Lebensaufgabe, den Menschen die barmherzige Liebe Gottes zu künden und ihnen zu helfen, durch Marias Hilfe selbst große Liebende zu werden Viele Gefangene dürfen durch Pater Kentenich in der Hölle von Dachau Gott sehr nah erfahren 1947-1948 beginnt Pater Kentenich mit Reisen nach Südamerika, Afrika und USA, um internationale Kontakte zu pflegen und den Schönstettern in diesen Ländern beim Aufbau der Bewegung zu helfen Seine Liebe zur Gottesmutter drängt ihn, sich weltweit für sie einzusetzen Von 1951 bis 1965 trennt die Kirche Pater Kentenich von seinem Werk Milwaukee, USA, wird ihm als Aufenthaltsort zugewiesen Zuständige kirchliche Stellen prüfen ihn und seine Gründung In den langen Jahren der Abwesenheit von Schönstatt bewährt sich Pater Kentenichs Liebe zur Kirche und die Treue zu seinem Werk Am Heiligenabend 1965 kehrt er nach Schönstatt zurück Ununterbrochen arbeitet der 80-Jährige in der ihm noch verbleibenden Zeit an der inneren und äußeren Ausformung der Schönstatt-Bewegung Trotz aller Termine, Tagungen, Exerzitien und dem täglich großen Arbeitsspensum gilt seine erste Sorge immer dem einzelnen Menschen Seine tiefe Verbundenheit mit Gott und die väterliche Güte, die er ausstrahlt, schenkt vielen eine Ahnung von der Liebe Gottes, unseres Vaters Am 15. September 1968 wird Pater Kentenich von Gott heimgerufen, kurz nachdem er die Heilige Messe zum ersten Mal in der neu erbauten Dreifaltigkeitskirche auf Berg Schönstatt gefeiert hat Nun kann er seine Lebensaufgabe auf neue Weise weiterführen Dass er dies tut, haben viele Menschen, die sich mit ihm verbinden und sich in ihren Nöten an ihn wenden, bereits erfahren Aufbau des Dreitagegebetes Für jeden Tag finden Sie Eine Stelle aus der Heiligen Schrift Ein Wort hören, das von Gottes Liebe und Treue zu uns Menschen spricht Eine Besinnung Auf das Leben Pater Kentenichs schauen und davon lernen Ein Wort Pater Kentenichs Einen Gedanken mitnehmen, der im Alltag Kraft gibt Ein Gebet Mich und meine Sorgen Gott anvertrauen Eine Anregung für heute Gott ein kleines Geschenk bereiten Pater Kentenichs So war es wichtig zu betonen, Gott und die Gottesmutter helfen gern Sie nehmen uns aber auch als Partner ernst Deshalb legen wir nicht einfach die Hände in den Schoß, sondern versuchen, jeden Tag etwas Konkretes dafür zu tun, dass unser Glaube und unsere Liebe stärker werden Bitte wählen Sie sich nur einen Punkt aus den Vorschlägen aus, den Sie in die Tat umsetzen möchten Das Gebet um die Seligsprechung von Pater Kentenich mit dem kleinen Weihegebet an die Gottesmutter Es kann zum Abschluss der Gebetszeit oder am Ende des Tages gebetet werden Siehe Seite 30 Erster Tag Gott sieht mich Aus der Heiligen Schrift Herr, du hast mich erforscht, und du kennst mich Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir Von fern erkennst du meine Gedanken Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt Du bist vertraut mit all meinen Wegen Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen Du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast Ich weiß, staunenswert sind deine Werke Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen Deine Augen sahen, wie ich entstand IPS 139, 1FF Besinnung Der liebevolle Blick eines Menschen tut gut und baut auf Wir alle haben das Verlangen, gesehen und nicht übersehen zu werden Wenn wir einer Person begegnen, die bewusst an uns vorbeischaut, die wegschaut, wenn wir kommen, dann ist das sehr verletzend Wenn mich jemand anschaut, dann heißt das, er schenkt mir Zeit, wenigstens einen Augenblick lang Er möchte wissen, wie es mir geht Er sucht Gemeinschaft mit mir und lässt sich auf mich ein Er bestätigt, dass ich eine Person mit Würde bin Wir alle brauchen lebensnotwendig den aufmunternden Blick unserer Mitmenschen Er ist Sonne für unser Herz Alltagssorgen, Stress, Arbeitsdruck, Belastungen verlieren an Gewicht, wenn uns mittendrin jemand freundlich anschaut Solch ein kurzer Blickkontakt verändert uns im Inneren Er lässt ein Licht, ein Lächeln, ein wenig Wärme in uns zurück Wie viel Freude und Geborgenheit kann uns in dieser Hinsicht unser Glaube schenken, dass Gott keines ist, sondern ein Du Er ist mein Vater, der voll Liebe auf mich blickt, jede Sekunde meines Lebens Ich bin kostbar in seinen Augen Ich bin sein Augenstern Er schaut nicht nur auf die Welt im Allgemeinen herab, sondern auf mich ganz persönlich Seine liebevollen Augen ruhen auf mir, wenn ich arbeite und wenn ich mich entspanne, wenn ich fröhlich bin und wenn mich Sorgen quälen Er sieht mich auch jetzt, in der Situation, in der ich mich gerade befinde Gott weiß um mich, er weiß um mein Leid, um meine Hoffnungen und Ängste Er versteht mich in meinem Schmerz Ich bin ihm nicht gleichgültig Der mich behütet, schläft nicht VGL, PS 121,4 Dieses Wissen genügt Ich brauche nicht zu verzweifeln Ich darf vertrauen, alles wird gut Vielleicht hat Gott meine Notsituation auch deswegen zugelassen, damit ich meinen Blick wieder mehr auf ihn richte Weg von den vielen Nebensächlichkeiten, die mich sonst beschäftigen und ganz in Anspruch nehmen Wenn ich von meinem Dunkel aufschaue in das Licht Gottes, dann wird mein Sorgen voll enger Blickwinkel geweitet Ich kann Sicherheit finden in dem Bewusstsein, dass ein Größerer mich beschützt und führt Es ist eine Frage der Liebe, dass ich Gottes Blick bewusst suche und beantworte, auch heute Wir sind nicht allein Gott sieht uns Das ist die Botschaft, die Pater Kente nicht zu künden, nicht müde wurde Sie entspricht seiner persönlichen alltäglichen Erfahrung und sie hat ihn gerade in den so zahlreichen Notsituationen seines Lebens getragen Eine Begebenheit aus den jungen Jahren Pater Kente nichts ist wie eine Ritze, die uns etwas vom Geheimnis seiner Ruhe und Kraft verrät Im neunten Lebensjahr bringt die Mutter ihren Sohn Josef in ein Waisenhaus Sie sieht sich aufgrund familiärer Verhältnisse dazu gezwungen Josef muss also das heimatliche Dorf gegen eine unbekannte Großstadt, die familiäre Geborgenheit gegen eine fremde Erziehungsanstalt mit strenger Disziplin und wenig persönlichem Freiraum tauschen Ein tiefer Einschnitt im Leben eines achtjährigen Jungen In dieser schwierigen Situation weiht die Mutter ihren Sohn der Gottesmutter Sie tätigt diese Weihe vor einer Statue, die in der Hauskapelle des Waisenhauses steht Dabei hängt sie ihr Erstkommunionkreuz, wohl eines ihrer kostbarsten Besitzstücke, um den Hals der Muttergottesstatue Ein deutliches Zeichen, dass sie Maria ihr Herz anbietet Josef vollzieht die Weihe sehr wach mit Sie wird für ihn zu einem besonderen Augenblick der Gnade Er spürt, Maria ist jetzt meine Mutter Sie schaut mit ihren gütigen Mutteraugen auf mich Ich bin nicht allein Josef schenkt sich in dieser Stunde der Gottesmutter Durch die Gottesmutter berührt Josef die Liebe Gottes In seinem Herzen versteht er, dass Gott ihm auch im Waisenhaus nah ist und ihn nicht aus den Augen lässt So einsam sich Josef auch unter seinen vielen Kameraden fühlen mag, er weiß, wo er in jedem Fall Halt und Geborgenheit findet Als er einmal zur Strafe in den Schlafsaal geschickt wird, findet man ihn dort später allein kniend und betend vor Viele Jahre später konnte er sagen Wenn mich ein x-beliebiger anschaut, dann ist es mir gleichgültig oder unangenehm Bei Gott ist es mir aber lieb Er hat mich gern, deshalb schaut er mich an Möge uns der liebe Gott die Überzeugung schenken Er, der große, unendliche Gott sieht mich Er weiß um mich, er weiß von mir, er schaut auf mich Der, der die Zügel meines Lebens in der Hand hat, ist der Vatergott Er schaut immer mit Wohlgefallen auf mich herab Und meine Größe soll darin bestehen, dass ich mich immer wieder in dieser Überzeugung und Einstellung erneuere Gebet Gott, mein Vater Du bist da und du siehst mich Meine Sorgen, meine Zweifel, meine Schmerzen Alles liegt offen vor dir Stärke mich Denn meine Kraft ist nur schwach Führe mich, denn ich weiß nicht Wie es weitergehen soll Beruhige mich, denn so viele Fragen machen mir Angst Du bist da und du siehst mich Heute Lass mich unter deinen Augen leben Lass mich deinen liebenden Blick suchen Lass mich erfahren Dass du tatsächlich für mich sorgst Ich will dir vertrauen So gut ich eben kann Amen Anregungen für mein persönliches Leben heute Ich steige heute wenigstens einmal kurz aus dem Alltagsgetriebe aus und setze ich mich auf eine ruhige Parkbank oder in eine Kirche oder in einen gemütlichen Winkel bei mir zu Hause und halte mich meinem Gott hin mit all meinen Gedanken und Gefühlen, mit all dem, was mir zu schaffen macht Ich suche die Blicke der Liebe Gottes in meinem Tag, der freundliche Blick eines anderen, das gute Essen, die grüne Ampel Ich schaue den Menschen heute in die Augen, der Kassiererin im Supermarkt, den Kollegen, meinem Ehepartner, den Kindern, dem Nachbarn, denn auch durch sie will Gott mich anschauen und mir begegnen Gebet um die Seligsprechung von Pater Kentenich, Seite 30 Gebet um die Seligsprechung von Pater Kentenich Gott, guter Vater Ich danke dir, dass du uns immer wieder Menschen schickst, die uns deine Liebe weitergeben Ich danke dir für Pater Kentenich und die Botschaft seines Lebens Gib mir die Kraft seines Glaubens, dass du mich siehst, liebst und gebrauchen willst In meiner Not vertraue ich mich ihm an Gewähre ihm durch Maria Die dreimal wunderbare Mutter Königin und Siegerin von Schönstadt Um was er für mich bittet Gib mir aber auch die Bereitschaft, mich auf andere Wege einzulassen Wenn du es so vorgesehen hast Schenke Pater Kentenich bald die Ehre der Altäre, damit viele Menschen durch ihn an deine Liebe Glauben lernen Dann werden sie sich auch von dir gebrauchen lassen Um eine neue Welt der Liebe zu schaffen Amen Maria, im Bündnis mit dir hat Pater Kentenich alle Schwierigkeiten seines Lebens gemeistert Mit ihm möchte ich mich dir ganz anvertrauen O meine Gebieterin, O meine Mutter, dir bringe ich mich ganz da Und um dir meine Hingabe zu bezeigen Weihe ich dir heute meine Augen Meine Ohren, meinen Mund Mein Herz, mich selber ganz und gar Weil ich also dir gehöre, O gute Mutter, so bewahre mich, beschütze Mich als dein Gut und dein Eigentum Amen